so lasst mal gucken was haben wir denn alles für fallen wenn wir das zusammenspielen kann man besser seine ideen reinbringen ja ja das stimmt das stimmt das stimmt wohl so warte mal x warte ist auch noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig dass man hier so mit x den modus wechselt und so zwischen frei bauen und mit blaupause bauen er ist es macht sie gut kelvin man muss ja auch ab und zu mal leute loben wand fackeln ok trockenstiel könnten wir also hier sind drawing rack könnten wir eigentlich noch mal machen das regenfänger den haben wir stimmt da kann man auch gleich mal reingucken pflanzdings fallen federfalle eigentlich auch mal ganz spannend es hier eigentlich hier ist hier ist bestimmt auch einiges neu wir können jetzt auch so eine fackel machen so eine schädel lampe ist gut ja das haben wir gemerkt wie der geht ist übrigens ganz cool ja also hausbau und alles ja das haben wir das kennen wir plattform mit scheuer leisten kürzen und so und ja hier der dinge klar ja treppen haben auch noch nicht gemacht also eine zäune tür jörg könnte man vielleicht oben hattest du hier eigentlich ist es so eine art rolltor was denn auf und zu ziehen kannst oder seilbrücke ok cool hier guck mal solar dingens das natürlich cool da lass mal kurz gucken ja ich habe mal weg haben wir denn also hier müsste solar panel das schon mal schön haben wir dann auch hier irgendwo die passende bürne dazu die hier zum beispiel ist ein schildkröten vielleicht leuchtet doch ich weiß nicht ja schlitten liegt dann das wie können wir darauf spielen bitte wir haben noch keine lampe glaube ich gefunden keine glühbirne gut nicht schlimm aber was wir schon mal machen können ist wir können hier mal irgendwo der solar panel anbringen haltet mir davon man zum beispiel hier oder so das könnte klappen warte mal lass mal das mal gucken lass mal ein bisschen ausprobieren das sind ja gebrochen heute durch ihr ja wahrscheinlich weil der dagegen gebrügelt hat der in der typ hier so und da so so das sind gerade hier im haus das sind kurze stinger da brauchen wir brauchen eine komplette wand so eine schräge schräg so wir haben hier noch so was schön ja das muss so so jetzt können wir hier mit ein paar stümpfe stümpfe voll mit so ein paar holzbalken können wir hier jetzt folgendes machen erst mal 15 mal ums haus laufen so guck mal vielleicht reicht jetzt ja schon sonst holen ich noch ihn kann ich den noch auflegen nicht hier anscheinend nicht gut leg mal hin oder steckt mal weg das auch okay du holst steine gut gut dass ich wenigstens nützlich der typ bin kurz weg alles klar bis gleich so noch mal ran dann noch mal ran dann müsste das jetzt mit dem Panel klappen können wir schon mal rauflegen können wir hier können wir nicht rauflegen können wir das hier rauflegen jetzt sagt nicht ja nee okay ja gut kann ich das hier aufs dach legen ja hier aufs dach legen kann nix okay sind zwei gut alle tierchen warum da nicht das war doch so abgebildet ne dass man das da dran nageln kann na gut vielleicht können wir nicht nageln also sapchen sei ruhig der planet gewagt kann ich hier bitte genau nehm mal her habe ich nämlich eine andere idee und zwar da müssen wir rein warte 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 ach hier ist auch doof ist ja alle zu eng das hier ah nee ah moment ja warte mal ich habe ich habe noch eine andere idee wie machen wir das ja hier machen wir da machen wir dazwischen kann man das hier schade alles gut nichts kommen wie es wird das jetzt hier holzlager ja erstmal zumindest wahrscheinlich die spawned irgendwann ich dachte gerade wir können hier dazu machen aber nee dann können wir ja auch nie das nicht gut durchdacht auf jeden fall haben wir hier die solarplatten wo war drauf rumlaufen weil das ist gut für die dinge ja wo ist das denn los was ist denn los wenn wir zurück willkommen zurück ich muss mal damit ich wieder ein paar ideen kriege muss ich den keps essen da hast du es hier drin voller schnee ja gut da wurde ich stein hier auch hier wird es jetzt schön lauschig so wenn wir hier einpflanzen guck mal lax bären samen kann da schönen wachsen nehmen mit darüber ist ja eine vorne eigentlich geil cool cooles detail hier steinchen gut gemacht gelben muss ihn ab und zu mal loben sonst macht er ja nicht mehr wenn er eigentlich alles mehr schlechter als recht macht aber ja erkenntet ja ne ohne lob ist denn halt schwierig da ist die arbeitsmotivation auch nicht mehr da und dann sieht er da die steine wieder auf ist die ich gerade habe fallen lassen damit er sie wieder woanders hinlegen kann damit er sagt ja ich hab das gemacht aber auch da muss man manchmal die leute loben ne das ist pein gemacht gelben ja ganz toll weißt du was du noch sammeln kannst komm her lass mal fallen hol stöcke und fallen lassen stöckchen brauchen wir nämlich auch so gut da hat es eine wolke in der panik wird man nicht nachts sap genia treibt sich wieder irgendwo rum wo sie spaß hat sag ich ja die frauen ne kein wunder dass ich sie nach dir benannt habe die es so seltener nennen nein nein sorry alles cool ich esse nen keks wie wird das einmal so warm ich spüre schon die schläge auf dem arm amies nächster haufen heißt manne gut dann weißt du ja wie rufus nächster haufen heißt der heißt fein gemacht ja gut achso wir haben doch hier ein stocklager ne kann mich ja auch hier eigentlich bedienen oh kelvin stöcke die kannst du einsammeln und da hinten hinlegen ah ah schön man merkt es alles sehr liebevoll hier ne man spürt einfach diese liebe sagt mal ich würde ja auch hier alles so abgrenzen ne und sicher machen aber ich wette wir rennen dann da irgendwann gegen und sterben dabei du hast dich das recht haufen zu benennen ich habe natürlich ich kann doch ich kann also einen haufen benennen wie ich will wenn ich seinen haufen fein gemacht nennen möchte dann nämlich ein fein gemacht so nämlich die ganze nicht wir wollen wir mal sehen gut bevor wir uns hier noch kloppen wie spät ist es doch guck mal ist ja erst ein das haben wir die bäume sind jetzt hinten ein paar bäume nachgewachsen oder sie doch klar muss ja mal guck mal mit denen mit der seilrutsche und das war doch alles mal viel freier ja das braucht aber ja schon lange bis sie nachwächst hm sag mal dahinten wo sich sub subgenia rumtreibt immer ne ist da irgendwas besonderes da ist noch ein altes haus von uns ne vielleicht sollten wir das mal niederreißen damit sie da nicht mehr hingeht damit sie zu uns kommt hast du verwirkt wie gar nicht wahr du lukst doch stimmt wir wollten noch in die große höhle noch mal reingehen ach nee meine theorie hat sich ja der tat sich ja übrig mal zeit ist ja was neul guck mal kurz kommt was da liegt ein paar pillen schmeißen er haut ab gut okay was gut kollege schnürschuh aber wir können mal hier so ein paar können wir nicht haben kein kleingeld ein bisschen klein geld müssen bald mal betteln gehen so haben wir auch voll reißen mal da hinten die kleine hütte die hütte ab ach sap sap was machen wir hier seid ruhig was machen wir nur mit dir ja ich bin gerade am überlegen oder wollten wir doch noch mal in der großen höhle gucken wenn ja warum ich wünschte wir können ja einfach frei rumfliegen ist damit alles schneller geht ich meine mit diesen mit diesen hoost dingen da ist ja alles schön gut aber dauert ja auch mal ein baldchen beziehungsweise damit müsste ich mal das fahren richtig üben so wir essen mal was weil wir sind da wochen und wir können ja auch mal kurz machen haben wir wieder ein bisschen platz für alt und nochmal wollte da nicht weglegen stundenlang essen bitte hier haben mensch hier guck mal wir haben wir haben doch katzen wurde gefunden wenn man die hof dann oder mal ein paar schild konnten panzer das kann ich machen kann man jetzt mehrere holen oder hat man dann immer nur ein wie damals das nur einsammeln kannst obwohl warte doch ich wollte trotzdem noch mal so die höhle am strand wenn ich mich recht im sinne das weiß ich nicht okay dann finden wir es heraus ich gehe erst mal hin zu diesem haus und es ist garantiert nur so und sonst und hab was wir da gespannt haben rufe es nicht kaputt machen nicht zerfetzen wie langsam hoch guckt nicht ein spielzeug das ist auch jetzt sind das so fein wo ist es noch ein stück sein hier müsste irgendwo sein da ist es dann kommt spinnet dann kommt es ab dem ja vielleicht mal wieder zu uns jetzt ist es nur sapien gar nichts mache ich dieser schrank müsste jetzt sein und da wo das häuschen ist hinten ne obwohl nee da ist die höhle hier ist es siehst du werden wir fast falsch hier laufen was schnupperst du denn so laut und geht ans fenster nase da an den schlitz und naa geh weg was willst du denn hier ich glaube ich spinne nee du bist nicht gemeint und spritzfried was geht guck mal ich nehme mal den mit ich bin mal ganz schnell weg ich habe nämlich den plan dass wir hier irgendwie damit recht schnell zum strand kommen wird wahrscheinlich nicht klappen aber die idee ist da ich muss hier mal durch tatsachen doch war zu kommen denn die alle her sagen kommen kann doch nicht sein das schaffst du siehst du sag doch ok ok hier ist schon wieder vorbei kann ich den es ok ich sehe es nicht mehr ach da ich laufe ständig weit was denn los sollte nicht mit dem ding fahren das verwirrt mich jetzt habe ich den schreibt nicht mehr die sauer das ist nee hier können wir hochfahren theoretisch ne ja guck mal easy jetzt sind wir eine mobile bergzecke nice ja wir haben jetzt hier auch so ein gott mode so was ich zocke gerade selber ein bisschen ach so ok ok dann viel spaß beim zocken was zockst du denn schönes geht den scheiß an sollte vielleicht auch mal darauf achten wo ich hinfahre kann ich einfach so auch wir stürzen zwar aber tun uns nicht weh dabei dass das natürlich gut so muss ist ja wenn ich auf jeden fall viel spaß beim zocken den hat man ja den namen aufnehmen das richtige schneemobil jahre ist da los und schnee mobile noch ein elf bleib ruhig liegen wir müssen hier lang flitzen mal kurz durch den wald und stürzen hallo genau den wollte ich haben deswegen bin ich abgestiegen ich glaube jetzt haben wir wirklich verloren der sollte irgendwo liegen das ist ein baum also Ich bin ein bisschen ruhig gerade, ne? Sorry, ich konzentriere mich. Ich hole mal hier mein Ding. Wow, Maul. Kackviecher. So, guckst du noch mal kurz, holst du dein Gefährt und kriegst gleich paar aufs Maul. Was ist denn da los? Kann ja nicht sein hier. Oh, komm immer vom Weg ab. Ab. Komm, hier halt jetzt. Ich kann jetzt los. Hier halt. Der mit den ständigen hinfliegen, das nervt. Skills beim Fahren gleich null. Wir sind da schon über das Zielchen ausgeschossen, ne? So wie ich sehe. Gut, komm, wir nehmen mal unseren God Mode Schlitten. Cruisen hier ein Stück runter. Falls wir so weit kommen. Ja, wow. Ah, ja doch. Hui. Tock. Baum. Ähm. So. Und ich dachte, Schlittenfahren ist hier beschissen gemacht mit der Steuerung. So. Aber den können wir wenigstens wieder in die Tasche stopfen. Dafür ist Platz. Aber für so einen Gleiter und so ein Moped nicht. Was ist da los? Meine Wurst hat sich hingelegt. Das ist schön. So. Und zwar habe ich nämlich vor, hier nochmal in die Höhle reinzukriechen. Weil ich jetzt nicht mehr weiß, ob es die Höhle ist, ähm, die jetzt neu ist, die riesig groß ist. Oder ob das die Höhle ist, die immer noch gegabelt ist. Da, wo es nach links und nach rechts geht. Das kann ich dir nämlich gerade nicht sagen. So. Wir kriegen erstmal nasse Füße hier im Winter. Das ist gut. Den nassen Körper. Das ist sehr gesund. Kaltes Wasser. Gut bei Tobakulose. Haben wir gelernt. Hm. Beziehungsweise kalte Luft. Guck mal die ganzen Spritz-Fritz. So, ich will hier noch mal kurz speichern, damit ich hier auch direkt sterbe, falls ich hier nochmal spawne. Alter. Zum Glück gar nicht übertrieben. Dann krieg ich ein paar mal hier rein. Was ist das für ein Lichtkegel? Apropos Lichtkegel. Gut, schon mal atmen, hör auf. Haben wir hier Titte? Haben wir nicht, gut, also hatten wir schon aber nicht genug. Dich will ich haben, hallo, den will ich haben, danke. Ja, es ist bestimmt normal, es ist kein Grafik-Bug, dass hier die Sonne rein scheint. Ich will mal schauen, ob ich mich, ähm, nur, ob ich hier an der Gabelung da mal richtig gehe. Also nicht mal, sondern, ähm, ob man da hinten jetzt durchkommt, weißt du? Das wollte ich mal gucken. Oh, Alter, die Sonne nervt hier drin. Danke. Man muss nur meckern. Hier hinten ging es nicht lang, ne? Wieso? Nein. Okay. Wir haben auch keine Rüstung, ne? Vielleicht nicht so gut. Das leuchtet hier hinten hin. Können wir hier reinspringen? Können wir damit spielen? Und scheint nicht.